2-0 gewonnen heute. Wir haben ausgerufen, heute ein Endspiel zu spielen hier beim HSV und ich glaube in Sachen Intensität, Leidenschaft, Zweikampfqualität haben wir das auch entsprechend geliefert. Nach dem 2-0 haben wir dann auch ordentlichen Ballbesitzfußball gespielt, haben es gut ausgespielt, haben nichts mehr zugelassen, dann auch Klasse gezeigt im Ballbesitzfußball und das war dann sehr, sehr ordentlich. Ich glaube dann so im Großen und Ganzen mit Sicherheit auch ein bisschen ein glücklicher Sieg, aber nicht unverdient und zwar gerade auch aufgrund der letzten Minuten, wie wir die Tore gemacht haben, glaube ich dann auch, dass wir heute verdient gewonnen haben. Trotzdem hat der Gegner immer noch drei Punkte mehr und trotzdem müssen wir immer noch unsere Endspiele spielen. Wir freuen uns heute ein bisschen, aber wir sind nicht euphorisch, sondern wissen halt auch, wir haben definitiv noch gar nichts geschafft und müssen uns schon schnellstmöglich auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und wir werden das nächste Endspiel ausrufen, nächste Woche in Augsburg, mit Vorfreude, ein bisschen Euphorie und Freunde auf das Heimspiel. Vielen Dank.